So Freunde, wir haben wieder geile Aktionen, wir haben wieder mega viel Besatz, wir haben wieder richtig Programm für euch und das Ganze geht schon morgen los. 16.02. Forellensee Rosenweiher, Sonderbesatz, 14 Uhr gehen die Greten für euch rein und dann am 20. Dienstag das gleiche nochmal, wieder Sonderbesatz am Rosenweiher und dann am 23. haben wir dasselbe nochmal, Sonderbesatz am Rosenweiher, also 16.20. und 23.02. jeweils Sonderbesatz, 14 Uhr fließen die Fische rein. Ja, das ist richtig Programm, also die 1. und 2. gerade am Rosenweiher ist komplett eisfrei und da wird noch einiges hinzukommen. Pumpen laufen über Nacht, also von daher ist die Gefahr nicht, dass der See weiterhin zufriert und dann sehen wir uns, Denkt dran, morgen geht's los, 16.02. 14 Uhr, 20.02. 14 Uhr, 23.02. 14 Uhr, da fließt der Fisch in den See. Das ist der Forellensee Rosenweiher, wir sind das Angelresort und jetzt geben wir richtig Gas, wir warten nicht aufs Anangeln, sondern wir machen jetzt Angeln. Also, seht zu, dass ihr an die Teiche kommt, es geht los.